Alter, Alter, hier ist grad was explodiert. Kaputt! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Game Tech Play Z. Mein Name ist Tycho und mit dabei ist der Scansy. Hallo! Und mein Name ist fetter Psyko. Hallo! Heißt du auch Psyko? Hallo! Heißt du auch Psyko? Nein, ich heiße Tyko. Nein, Holika sagt gerne. Und ich bin wieder hier mit Tycho um Psyko. Und ich bin... Mach mal die Tür zu, dass ich gleich weiter... Das ist Genso. Das ist Genso. Seid ihr schon auf dem Server? Ja, ich muss meine Stoppuhr noch starten. Gut, 20 Namen haben wir gerade. Wir haben doch verzauberte Bögen dabei gehabt. Was? Wir hatten doch verzauberte Bögen da drin. Echt? Ich hab grad das Problem, ich kann auch nicht einloggen. Warum? Er ist bei Anmelden und er lag grad. Ich kann scheinen, dass meine Aufnahme gleich abbricht. Okay. Warum machst du so ein Unruh? Nein, ich hab nur Connected Fail. Was sagst du eigentlich so? Jetzt muss ich mal gucken. Boah, diese Kackspinnen, ne? Dass die immer da nach oben kleben müssen. Ja, das find ich auch. Aber ich weiß noch nicht, was ich dagegen machen kann, damit das dann so ist. Das ist eine gute Frage. Und bei mir fliegt irgend so ein Vieh rum. Ich komm nicht rein! Ich komm nicht auf den Server! Dann starte ich eben neu. Ich starte mal Minecraft kurz neu. Ihr habt zu viele Mobs bei uns in der Nähe. Nein, so viele sind es gar nicht. Nö, die kommen ja jetzt erst. Ja, die kommen jetzt erst, alsbald ich. Da geht meine 20 Minuten gerade drauf wieder, ne? Super. Nee, überhaupt nicht. Oh, ich hab keine Stoppo gestartet. Habt ihr das? Ja, ich hab eine. Ach gut. Dann brauch ich mich nicht drum kümmern. Los, Monster. Kommt mal zu mir. Nicht da rüb. In der anderen Ecke. Da gammeln sie wie Rattenläufe. Leute, schaut euch doch mal dieses schöne Bild jetzt auf meiner Sicht an. Ja. Ich füge hier einfach ein schönes Thumbnail ein oder irgendwas anderes. Was Lustiges? 20 Minuten in-game. Also du bist ja nicht in-game. Dann sind es auch keine 20 Minuten. Ich habe aber keine Lust, dann ein bisschen mehr zu machen. Ich will dann schon mit euch die Folge auch beenden. Alter, hier hat gerade der Stein gebrannt. Ich muss ehrlich sagen, diese Monsterfallen sind bei diesem Mod sehr gefährlich. Oh ja. Ich bin fast vorhin verrecht an so einem Scheiß. Ich weiß nicht, was es war. Mein Herzweif war nur noch schwarz. Ja, Widow-Effekt. Ach, der Widow-Effekt, genau. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt dieses neue Projekt mit Fiete Beat Monster. Da sind so viele Extras dabei mit Öl und alles. Und ich verstehe nicht die Hälfte davon, was ich für eine Ressource da brauche. Aber es ist nicht. Ah, da kenne ich mich gut aus. Das habe ich die ganze Zeit lang gespielt. Ich auch. Da war ein Kollege mehr dafür, für unsere Ressourcen. Ich habe nur abgebaut und ihm das gebracht. Der Bergbaus-Klave. So. Und bei mir hat man jetzt auch wieder ein Bild. Ja, Bild. Hey, du bist auf dem Server. Also wir haben sechs komplett heile Bögen. Ein, ah ne, sieben. Ein sogar mit Power 1 drauf. Ich räume mir gerade mal die Kiste auf, aber das ist echt schwer. Alter, der eine Mob hat einfach Rückstoß. Und das macht so mega viel Schaden. Ich habe schon Level 20. Krass. Achso, ich auch. Ich habe keine Waffe mehr. Äh, habe ich da noch Schwerter? Keine Ahnung, muss ich gucken. Ähm. Gänzi, ich baue dir mal eine Kiste hin. Ich muss mal mein Zeug lagern, weil ich habe sonst zu viel immer dabei. Ja, ja. Tobe dich nur aus. Oh, ich muss aufhören, da reinzuschlagen, sonst bin ich tot. Warum habe ich hier Knöpfe und so liegen? Wer schmeißt die denn da hin? Keine Ahnung. Boah. Wie ist es so laut? Ups. Äh, ich habe zu viele Sachen, aber... Gott. Was denn? Du hast kein Skin bei mir. Oh. Hast du ihn gerade beschlagen? Nee. Zum Glück nicht, sonst wäre ich tot. Er schreitet. Ich werde gleich wieder verzaubern. Au. Denn ich habe Level 21. Hui. Ich habe auch noch ein paar Level. So, mein Bogen ist einfach mal episch verzaubert. Ich haue da jetzt noch Haltbarkeit 3 drauf. Oder Haltbarkeit. Dass der länger hält. Auf jeden Fall stark genug ist er. Voll scheiße. Ich räume gerade mal hier meine Kisten ein bisschen auf. Boah, 20 Level sind schnell verbraucht in dem Mod, ey. Ja, es ist schon... Ich fiege es rein. Ich muss hier den Kratzen... Okay, ich gehe wieder auf die andere Seite zum Hauen. Nee. Hallo? Hallo, der Monster. Hey. Das eine Monster kann, ähm... Equip wegschlagen und ich werde mal... Geräusche leiser machen. Hab ich auch. Ja, bei mir war auch kein Laut. Ich hatte vorhin, äh... Naja, nicht vorhin. In der anderen Folge habe ich... Mit meinem Schwert geschlagen, auf einmal plupp war es weg. Ja, das ist sticky. Wenn die Mobs sticky haben. So. Ich kann gar nicht so schnell lesen, so schnell waren die tot. So, ich komme jetzt auch wieder zum Schlachten. Nee, ich gehe erst mal... Ich habe schon damit sehen. Ich gehe erst mal wieder verzaubern. Au, au, ich bin vergiftet. Was verzauber ich denn jetzt? Oh, ich habe kein Essen mehr. Ich habe Keks. Ich habe einen Lederhelm gedroppt. Ja, ja, haben wir auch noch. Zwei Stück noch da hinten. Ah, du kannst hier hingehen. Scannen sie. Ich gehe erst mal verzaubern. Ja, muss ich auch. Ach so. Ja, scheiße. Ich sollte mir aber... Hey. Ich wollte erst mal die Rüstung. Ich wollte erst mal meine Rüstung. Er hat meine Waffe weggeschlagen. Das machen die gerne. Ja, habe ich auch so das Gefühl. Echt das? Du bist gesagt, die sind auf der Schlachtbank. Was willst du denn? Was würdest du denn machen? Du willst auch panisch nach den Schwertkreis. Was essen? Ich habe Hunger. Was ist Respiration auf dem Helm? Ah, ich habe es auf Deutsch. Resisten. Oder, äh, nee. Wie heißt das? Auf Englisch. Schutz. Respiration. Boah. Schutz? Nee. Schutz. Eisenstiefel. Schutz 3. Federfall 3. Lese mal vor, was du alles verzaubern kannst. Dornen. Projektil. Protection. Respirat. Protection ist, ähm. Ja, ja. Projektil. Protection ist klar. Aber dann ist Respiration. Alter. Alter. Hier ist gerade was explodiert. Kaputt. Nur ein Block neben mir. Sonst nichts. Panik. Panik. Was kaputt? Ich komme, ich komme, ich komme. Bei deinen Kühen ein bisschen was. Oh, nee, 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 nee. Ich habe deine Kühe gerettet. Zwei Stück sind aber draußen. Hier ist irgendein Ultrafie explodiert. Das ist das Blöde an diesem Mod. Es gibt wirklich, wirklich Ultrafiecher, die explodieren. Wobei an der Hebel? Äh, da, wo du vorstehst. Ja. Okay. Hast du noch Essen? Ah, hier. Die jetzt das Zeug an, das ich nicht brauche. Ähm, da ist eine Kiste, du denkst. So. Ah, ich habe noch ein paar Hühnerfleischdinger. Ah, ich habe schon Level 20 wieder. Ich habe gerade meinen Helm ein bisschen verzaubert. Alter, habe ich gerade einen Schock gekriegt. Ich sehe da drin einen Ultra-Mega-Creeper. Du musst aufpassen, dass du nochmal ganz mit dem Rücken an der Wand stehst. Sonst könnte ich dich hinter beamen oder sonstige Sachen. Okay. So. Ich bin wieder zum Schlachten da. Dann verzaufe ich das jetzt als nächstes. Erstmal, wie gesagt, mein Bogen fertig. Oh, die spinnen, die sterben. Wollen wir mal ein bisschen. Wobei, ähm. Hier, da ist ein Archimist. Ah, okay. Schon vor. So, ich habe jetzt meinen Bogen komplett fertig. Wir flog gerade eine komplette Rüstung in die Fresse. Glaub ich. Ja, fast eine komplette Rüstung ist mir gerade entgegengekommen. Boah, ich habe einen Helm mit Protektion 2 gerade. Einen Eisenhelm. Ich habe mein Jammenschwert gerade mal repackiert und verzaubert. Ich würde mal sagen, wir werden mal schön, so gut es geht, die ganzen Rüstungen dann in das Geheimkartier bringen, wenn die uns angreifen haben. Ey, die haben ein Problem. Ey, da ist ein fieses Mob drin. Ganz fieses. Ja, so mit Hochschlagen. Fieses, fieses. Ah, nee. Hier steht einer neben mir. Hallo, Mr. Skelet. Ey, ich bin bei dir, Psycho, bitte ganz rechts. Ja, da kam gerade neben mir. Oh, mir ist gerade auch wieder eine Rüstung ins Gesicht gesprungen. Hier ist eins noch nicht vergiftet. Ah, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Ja, geh, geh, geh. Brauch Futter, brauch Futter. Ah, 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 ah. Hast du noch? Oder? Ja, ja, ich habe eine Kiste hier mit Futter drin. Ich bin gerade vergiftet und ich muss mich aufladen. Oh, da ist ein Ultra. Ja, nicht ein Legendary Spinner. Ganz hinten am Dengst stehen. Okay. Oh, nächstes Schwert. Aber wie wir die Steinschwerter verschleißen. Ja. Ja, wenn der darf. Wo ist die Spinner? Ich komme rein, ich komme rein. Ich komme rein. Ich habe keine Ahnung, wo die Spinner ist. Ich mache einmal Wasser an. Da war sogar Eis drin. Ja. Ja, ja. Schwupp. Ich setze auf den Schwert. Auf geht's, auf geht's, drei. Au. So, und. Au. Da ist eins mit Blut. Rechts ist eine Spinner drin, tötet mal die Spinner. Ich will da wieder zumachen. Ich habe gerade sehr hochgeschleudert. Ja, ja, da ist dann ein Vieh mit. Ah, jetzt kann ich. Ey, es könnte sein, dass eine Spinner draußen ist. Okay. Ja, die kommt hier nicht rein zu uns. Aufhech. Ich habe fünf. Guck mal nach. Fünf? Oh, ultra mega. Oh, da ist es. Live-Steal. Ja, komm, jetzt verprügeln wir das Ding. Ja, ich kriege halt mega Schaden durch das Vieh. Bogen besser? Naja, da kriegst du immer so den Schaden. Und der hat auch noch Racken. Ganz hinten an der Wand stehen, wenn du die angreifst. Er ist tot, das Vieh. Ne, der steht links. 40, 41, hat für E 42, 43. Alter, Rack der schnell. Äh, Jungs, es wird dunkel. Echt? Ja. Ja, dann sollte man kurz heimgehen und Racken, äh, schlafen. Ja. Racken, genau. Und ich räume in der Zeit meine Taschen leer. Ich brauche eine neue Kiste nur für Rüstung. Dass du das mal bei dem Ons sagst. Oder bei dem Projekt, oder? Unglaublich. Also ich werde mir eine, äh, eine, äh, na sagen wir mal einfach, ähm, eine Rüstung sicher halber mal in meinem Marktplatz, in der Kiste einfach mal so verstecken. Ich gucke gerade mal, ob ich mein Diamantschwert noch weiter verzaubern kann. Äh, ich liege im Bett. Rückstoß 1 könnte ich verzaubern. Ja, mache ich einfach. Ich lege mich auch schnell ins Bett. Oh. Ich habe kein Trink mehr. Scheiße. Ja, liege auch. Ja, liege auch. Und, weg. Weg. Ui. Tolle Nacht. Schärfe 3, Rückstoß 1. Das ist toll, dass ich meine Rüstung die ganze Zeit im Part zeige, so, was ich drauf habe. Ja, ja. Bei mir auch. Er weiß aber, was mir das zu tun hat. Nein, Creeper. War's Creeper bei dir? Ne, ich weiß nicht, was mit ihm war. Ich glaube, der kam durch die Wand gebackt. War ein bisschen Platz? Ja, ich war die ganze Zeit irgendwie weggeschleudert von irgendeinem Mob. Ganz links, den. Aua. Der flügelt den ganz links, den Creeper. Der nach 20 April. Ja, ich habe nur zwei Herzen, das eine Skelett hier. Kann ich nicht weiter angreifen. Komm raus da, raus da. Ne, 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 ich sterb schon nicht. Du brauchst ja nicht draufschlagen. Oh, da ist eins mit 80 HP bei euch. Ja, das ist das, wo mir die ganze Zeit mega Schaden macht. Schubskreis. Ja, ich kann nicht mitmachen. Nicht mehr. Wohl, doch. Alter, das Ultra-Ding ist immer noch voll aufgeladen. Das kriegen wir nicht kaputt. Die Spinne. Das Skelett ist fast tot. Schlagt weiter hoch. Ich kann nicht, ich habe noch ein Herz. Ja, ich auch nur noch. Da musst du auf den Weg gehen. Ich kann nicht auf dich draufschlagen. Okay, okay, okay. Komm. Ach, schon, Geil. Ich habe schon wieder die Fackel ausgeschossen. So. Warte, ich guck mal. So, ab die Fackel. Seht's mit der Spinne aus? Da ist irgendein Ultra. Okay, dann like a boss. Weg da, weg da. Alter, schießt du mit deinem Bogen? Nee, mit meinem Diamantschwert. Ah, okay. Oh, ich bin fast tot. Ich muss mal regen. Ja. Ich kann mal zu dir rüber, Sganzi. Ja, nee, wenn ich dich einmal treffe, aussehen, bist du weg. So. Dann geh mal ganz nach längs. Oder... Lass mich rechts gehen. Ach, Mensch. Weil, dann kann ich jetzt gerade noch ein bisschen mithelfen. Schlag mal den Keeper rüber, wenn du kannst. Äh, ich bin gerade gehandicapt. Okay. Warte, ich habe... LOL, der kleine Zombie mit Rüstung. Ganz süß. Oh, ich habe mein Schwerz verloren. Jetzt hast du es. Yay. Echt? Oh, ja, für die Sache. Hier. Du Dieb. Natürlich nicht vor. Aua. Das ist wieder tot. Ja, ist nochmal getroppt. Du hast es wieder. Mach mal den Creeper da kill. Dieser Poison-Scheiß. Der ist doch tot, der eine. Ach, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Ich sterbe. Nein, Gift stirbst du nicht. Ja, ist ein HP dann. Hm. Ja, ich bleib mal so kurz recken. Ich habe eh die Tasche voll. Ich geh mal eben weg. Oh, ich habe wieder Level 28. Ich werde es wieder wegpacken. So, was nehmen wir denn jetzt mit? Die Hosen. Alter, kann das sein, dass da nur noch Ultraviecher spawnen? Die bringen auch am meisten... Oh, da ist ein Mega-Ultra. Oh, shit. Ich habe eine Axt mit Sharpness 2. Was hat der? Quicksand, Alchemist, Lifesteal, Regeneration, Wex, Chin, Zee, Yang und Wex... Ne, keine Ahnung. Das haben die alles drauf. Das ist ja gut, dass die alles und so haben. Ja, ich kann auch gleich wieder verzaubern gehen. Ja, ich kann auch gleich wieder verzaubern gehen. Ich habe bis jetzt erst eine Eisenhose gefunden. Echt jetzt? Ja, aber... Ich bin voll mit dem Zeug. Aber Schutz, ey. Eisenhose brauche ich auch noch eine. Ja, ich habe bis jetzt immer nur Kettenhosen ganz viele gefunden. Und ich habe einfach ein Stack Pfeil, äh, Knochen. Äh, Hose Protection, ne? Ja, alles Protection. So, das, das, das. Jetzt kriege ich noch auch Dornen hoch. Und Enchant. Gut. Pop, Level weg. Oh, ich bin sogar auf Null, Level Null gesunken. Ups, auf Level Null gesunken. Zack. Rübergehen, weil ich habe keine Schwerter mehr. Die liegen noch in der Kiste. Ja, ich bin aber auf der anderen Seite von der Kiste. Achso. Ja, ich gehe gerade auf die andere Seite. Aber da erst lege ich die Uhr. Level 20. Ich sollte auch mal die Rüstung ablegen, die ich die ganze Zeit verzaubere. Habe ich sonst kaputt gleich noch. Du kannst ja auch reparieren. Und wenn es kaputt ist, kostet es mehr Level, wenn du, äh, verzauberst, glaube ich. Habe ich auch gehört. Ach ja, äh, ich sollte verzaubern. Hallo. Ähm, okay, ich brauche dann auch wieder S. Hol' ich mir gerade mal von drüben. Er ist jetzt wo? Ja, meine Damen und Herren. Wir bereiten uns gerade für den Krieg des Jahrhunderts vor. Ja. Ist das Unfair, dass die anderen nicht sind? Ein absoluten Stück. Ey, der eine hat 140 HP. Ach du Schande. Ich schlag den gerade rüber in eure Ecke. Man kriegt keinen Schaden, wenn man den haut. Also, krügelt auch. Also, ich habe jetzt Schärfe 5 auf meinem Diamantschwert und Verbrennung 1, Rückstoß 1. Ich brauche essen, 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 essen. Ich habe hier zwei Brote. Weiß Päusenvieh. Oh, eine Lederrüstung. Eine bunte. Oh, wie süß. Psycho, du hast mehrfache Eisenhosen. Müsste ich eigentlich haben. Ich habe Kettenhosen. Nee, du hast da zwei Eisenhosen. Ja, aber eine mit Schusssicherheit. Die ist kacke. So. Da war er. Hier. Guck mal rein. Da, wo ich gerade Items hochhebe. Das sind Eisenhosen. Können wir mal den Dingenzer verprügeln? Den Zombie? Alla. 70er P. Oh Gott. Ja, können wir. Haken wir mal Fokus auf den. Ganz nach hinten. Äh, Psycho. Sonst kann er sich eventuell raus teleportieren. Ah, okay, dann können wir. Du musst bei dem Skelett aufpassen. Das hat Wurte-Effekt. Ja, schon gemerkt. Ja, hier drauf. Rechts in der Ecke. Ja, ich treffe ihn nicht. Der steht bei euch doch. Ja, ich stehe dort. Ist gleich da. Nee, ist ein anderer. Nee, nee, nee. Der ist fast tot. 14 AP noch. Ah, wrecked. Oh, da war ein 117er irgendwas. Ja. Ja, habe ich gesehen. So, der Zombie ist jetzt Geschichte. Das ist schön. Es ist noch einer. Oh, guck mal, das Buch. Buch? Ja, da ist ein Blut gedroppt. Okay, dann schalten wir nach dem Skelett mal eben das Wasser an. Oh, der hat meine Waffe weggeschleudert. So, Wasser 1 und Wasser 2. Ja, ich habe das Buch, Flamme 1, Flame 1. Nee. Oh, mein Schwert ist weg. Warum nur? Es ist eine Spinne drinne. Ey, auch noch so eine starke Spinne. Haut die mal weg. Ist das Wasser zu? Nee, ne? Ich kriege ich gerade nicht. Da sitzt eine Spinne drin. Ich komme nicht dran. Ja, Spinne ist tot. Sehr gut. Wasser ist aus. Ah, Witter-Effekt. Ja, ich auch. Immer gucken, dass du Nahrung voll hast. Wir haben gerade irgendwie vier Ultramops hier drin. Ja, so kommt es mir auch vor, ey. Eisenplatte. Haltbarkeit 1. Ja, okay. Geht. Ja, schade. Oh, Goldapfel. Ich habe zwei Goldäpfel. What the fuck? Ah, das ist geil. Hammer geil. Gib mir mein Schwert wieder, du bahnische Dreck. Blöder dumme Kuh. Oh, noch eine Spinne. Oh, warte, warte. Hat er teleportieren? Nee, ne? Ja, ich kann die Spinne. Nee, Darkness. Nichts, was unglaublich schlimm wäre. Ist die tot? Nee, die ist links. Also von euch rechts. Ah, da treffe ich sie nicht. Ah, ich muss Nahrung, Adroll. Box einfach nur rein. Äh, wir sind wieder über 20 Minuten, ne? Echt schon? Ja. Warum geht das so schnell? Ja, okay. Dann Wasser an. Türen auf. Ach ja. Zack. Und dann würde ich sagen, greifen wir uns wieder hier. Alter, mein Inventar ist voll. Ja, meinst du auch? Ja, packen wir das einfach mal hier rein. Guck mal, ich kann es doch gerade sortieren. Äh. Alter. Ah, Moment, Moment. Mach mal, da ist noch eine Rüstung drin, die ich hatte. Scheiße, wo war denn das jetzt? Spritz. Da ist Schutz und Dornen. Ach Gott. Oh, sorry. So, so. Oh, voll. Ja. 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 Warte, wir können ja ein bisschen Loot bei ihm in eine Kiste reintun. Ja, ja. Wo kommt Loot rein? Äh, gute Rüstung rechts neben den Hauptbahn. Warte, da unten ist eine Leerfekiste. Ah, Schwarzpulver, gell? Ne, warte, oben. Hier, ja. Oh, voll Däpfel kommt da nicht rein. Ich würde aber sagen, bevor wir hier weitermachen, vloggen wir kurz aus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und tschüss. Tschüss. Oh, Leute. Tschüss. Okay, tüdelü.